Leute, Kids. Oh je. Nochmal. Oh, nochmal. Oh je. Oh je. Ach du Scheiße. Wir müssen da hoch. Wir kommen nicht auf die Opie. Wir sind so viele. Mach der Blufzucker irgendwas? Alter, what the fuck. What the fuck. Heilige Scheiße. Das. Was war das für ein großer Typ? Er ist schon sehr lange infiziert. Wir nennen ihn Bloater. Bloater? Okay, verstanden. Scheiße. Ich unterbreche nur ungern die Aufklärungsstunde. Aber können wir endlich hier weg? Bitte. Also gegen... Wenn nochmal solche Viecher kommen, brauchen wir unbedingt mehr Mollis. Heilige Scheiße. Du gerade mal. Okay, ne. Nice, gut gemacht. Dankeschön. Dankeschön. Ich freu' mich, dass wir auch bei zwei Toten im Moment noch bleiben. Aber Mollis ist super stark. Wir brauchen mehr Mollis. Hoffe, wir können gleich noch ein paar bauen. Genau, Deathcounter bleibt bei zwei. So, aber guck mal. Jawohl, wir können welche bauen. Nice. Ich drück halt immer... Ich will nochmal kurz was ausprobieren. Wenn ich jetzt Pistole habe. Das ist voll blöd. Ich kann irgendwie immer nur zwischen eins und drei. Aber... Achso, und ich muss dann nach unten... Also ich muss eins drücken und dann runterscrollen, um das Zeug auszuwählen. Muss mir da vielleicht mal kurz mal tasten oder sowas belegen. Okay. Ich glaube, wir haben alles gelootet. Wir können... weiter. Verdammte Scheiße! Okay, okay! Die wiggeln da auch so ein bisschen. Das ist immer gar nicht so einfach, den Kopf zu treffen. So laufen die mal auf einen zu. Okay, geschafft, dann los. Komm hoch hier! Zieh mich hoch! Okay. Eieiei. Wir sind leichte Beute. Hier ist noch eine Leite. Lauf weiter. Ich bin hinter dir. Schnee, Tone! Oh, das war stark. Eieiei. Na, das lief ja toll. Eieiei. Okay, ähm... Ich geh und seh mich hier hinten um. Bell? Irgendjemand war schon hier. Mein Zeug ist weg. Okay, und was verdammt ist Plan B? Sei du lieber dankbar, dass du noch atmest. Das hier war Plan A, B, C. Komplett bis Z. Und überhaupt, Samtess, sie kann sich den Job... Wie das gefällt, ist Tess da raus? Ganz tief in ihren... Ganz tief in ihren... Scheiße. Den Zeug war diesen Typen... Frank. Und wer ist Frank? Er war mein Partner. Oh. Von dem hat er gesprochen. So ein Volltrottel wie er würde so ein Hemd tragen. Das sind Bisse. Ja. Und... Er... wollte sich bestimmt nicht verwandeln, also... Ja, scheint so. Na, scheiß drauf. Okay. Schaut mal, Jungs. Das Ding läuft noch. Das ist meine Batterie. Perfekt. Das verdammte Arschloch. Steig aus. Steig aus. Hey, Mann. Die Batterie ist leer, aber... Die Zellen sind noch okay. Das heißt... Das heißt, wir schieben, wir starten und die Lichtmaschine lädt die Batterie. Und das soll gehen? Hey, du wolltest einen Plan B. Mehr ist eben nicht drin. Geht doch. Was meinst du? Besser ist nix. Ich meine, du fährst und wir schieben. Ha. Ich ahne nicht, ob hier was schlimm ist. Das gehört auch mir. Na toll. Schrotflinde voll. Klar. War jetzt hier noch irgendwo ein Loot? Nee, ne? Ja. Ich dachte es mir nämlich gerade. Wo es jetzt hier gleich weiter geht. Ich lasse es dich wissen. Mal gucken, ob wir... ...wieder was verbessern können. Ach, Bill. Ich bezweifle, dass du diese Nachricht je finden wirst. Weil du immer zu ängstlich warst, um diesen Teil der Stadt zu kommen. Falls doch, sollst du wissen, dass ich dich nie ausstehen konnte. Oh. Ich hatte keine Lust mehr auf diese scheiß Stadt. Und dein Spießertum. Ich wollte mehr vom Leben. Und das hast du nie verstanden. Und diese blöde Batterie, wegen der du immer rumgejammert hast. Ich hab sie. Aber du hattest du recht. Der Versuch, diese Stadt zu verlassen, würde mein Ende bedeuten. Trotzdem besser, als noch einen Tag mit dir zu verbringen. Viel Glück, Frank. Uff. Sollten wir ihm vielleicht nicht sagen. Oh, wir können hier eine Molly bauen, glaube ich. Ist noch einiges. Okay, was können wir noch herstellen. Nochmal ein Messer bauen. Fertigungszeit. Schwankende Waffe müssen wir unbedingt noch verbessern. Da hab ich total Bock drauf. Es reicht schon, dass die Klicker und so immer so rumwickeln. Dann sparen wir vielleicht langfristig immer mal noch ein, zwei Kugeln. Also gut. Let's go. Okay, Bill, dann los. Okay. Leg den ersten Gang ein. Anbremse? Lass den Fuß auf der Kupplung. Und wenn wir dann rollen... Ich weiß. Ich lass sie kommen. Woher willst du? Weißt du was? Mir egal. Versau es nur nicht. Okay, Ellie, halt dich bereit. Jetzt. Jetzt. Gib Gas. Gib Gas. Gib Gas. Weiter geht's. Weiter geht's. Kommt schon. Da drüben. Vorsicht. Oh Mist. Es sind zu viele. Okay. Das war's. Zurück zum Truck. Ich würde gerne nochmal zur Garage zurück. Da ist noch Schrotflintenmunition. Wir müssen nur bis zum Hügel. Wir schieben ihn auf die Kuppe. Hey, am Halt vorbei. Rechte Seite. Hey, weißt du was? Scheiß drauf. Ich geh zurück. Ist mir egal. Schummel jetzt die Tasche. So. Oh weißt. Nachdem die Seite. Links. Nachladen. Wild. Okay, Ellie, halt dich bereit. Da ist ja noch einer. Schieb mal mit. Okay, Ellie, jetzt starten. Wie geht's? Wie hört sich das an, Bär? Ja. Wir treffen uns auf. Wir müssen in den Fall. Joel, lass uns! Wir müssen in den Fall! Ai, ai, ai! Das war knapp. Okay, das reicht. Stopp! Lass einfach laufen, okay? Die Kleine hat uns fast umgebracht. Du musst zugeben, sie hat sich nicht schlecht geschlagen. Ihr habt keine Chance. Oh, oh. Hier. Was ist das? Um zu glauben, wie viele Autos noch Benzin im Tank haben. Oh, ja. Und Bilder, wegen deinem Kumpel vorhin. Das ist echt hart. Und dich, ja... Sind wir quält? Sind wir. Dann verschwindet endlich aus meiner Stadt. Ein Gewitschert zieht auf. Ein Gewitschert zieht auf. Oh, Mann. Hey, du solltest doch schlafen. Okay. Ich weiß, es sieht nicht so aus. Aber das hier ist gar nicht so schlecht. Es gibt nur ein Problem. Und zwar hier. Fortsetzung folgt. Hä? Hast du sowas? Wo hast du das denn her? Ähm... Das ist von Bill. Das Zeug lag da einfach so rum. Was hast du noch? Tja, ähm... Hier. Na, weg das Erinnerung? Weißt du? Also, das war eine Weile vor meiner Zeit. Aber die ist gut. Okay. Oh, Mann. Na, besser als nichts. Oh. Das hier wird dein Freund heute Nacht sicher vermissen. Nicht viel zu lesen, aber ein paar interessante Fotos. Nein, Ellie, das ist nichts für dich. Wow. Wie... Wie kann der denn überhaupt noch laufen mit dem Ding? Los, tu das weg jetzt. Jetzt mal langsam. Ich will sehen, was so toll daran ist. Oh. Warum kleben die zusammen? Oh. Ich verarsch dich nur. Und Schiss, Mann. Witzig. Weißt du was? Das hier ist gar nicht so schlecht. Warum schläfst du nicht ein bisschen? Okay? Bin ich mal müde. Soviel dazu. Oh nein, nein, nein. Na, klasse. Und es geht schon wieder los. Und jetzt? Scheiß drauf. Oh, nee. Oh, nee. Vorsicht! Oh, Mann. Sollen wir ihm helfen? Schnall dich an, Ellie. Und was ist mit ihm? Oh, dem fällt gar nichts. Ja. Ach so, klar. Scheiß Menschen ohne. Witz, ey. In der Apokalypse, da kannst du keinem mehr trauen. Mir geht's gut. Dann komm raus. Schnell. Komm her, du Mist. Lass mich los, du Blätter-Sack. Uff. Aua. Aua. Ah, elf drücken. Oh Gott. Au. Boah, Alter. Du stirbst jetzt. Braucht man sowas von. Alter. Verdammt nochmal. Was ist bloß los mit denen? Ab, jetzt durch. Los gehen wir. Okay. Achtung! Hui. Bleib unten. Und es geht schon wieder los. Ey, das war doch ein Headshot. Oh, Mann. Warum war das ein Headshot? Ist cool, dass die Musik noch läuft. Geht mir Deckung. Da ist nichts. Ach, da. Oh, hört dir das? Hört auf. Alter. Oh, da kommt noch mehr. Wild. Hier Schuss. Bisschen Schrotflinte. Geht mir Deckung. Zwei Schuss. Scheiße. Ah. Kann ich mich nochmal heilen? Ich gebe Deckung. Das ist so blöd gemacht. Jedes Mal bin ich hier am Hustlen bei dem Scrollen. Okay, wir haben noch Medi-Packs. Let's go. Schnell verbinden. Dann schießt ihr gleich ins Gesicht. Okay. Ich glaube, das war der Letzte. Alles okay? Erstmal looten hier, meine Herren. Ja, ich glaube schon. Gut. Schon wieder so komplett ohne Munition hier. Du weißt, wie es läuft. Zeh dich um und such nach was Nützlichem. Ach, Zubefehl. Ist wieder Mangelware. Oh, nice. Wait, zwei Schuss. Sehr gut. Okay. Wir haben gar nichts. Wir haben auch nichts. Wir haben noch einen Backstein. Und ich glaube, das war alles. Also geheilt sind wir wieder vollständig. Hier haben wir noch ein bisschen was. Oh, was haben wir da? Schrauben. Noch mehr Schrauben. Na ja, immerhin. Da können wir auf jeden Fall wieder ein bisschen was bauen. Ich gucke gleich mal. Okay, wir brauchen noch Papier. Ich will mal schnell nochmal in die Option bei Steuerung reingehen. Hey, war es nicht bei Steuerung? Ah ja, da. Hey, war das schon bei 15? Ich mache es mal auf 10. Oh, jetzt habe ich 9. Das stört mich. Ich muss es nochmal umstellen. So, jetzt. Wir machen es auf 10. So. Ich gucke nochmal. Ja, besser. Besser, besser, besser. Umsehen geht schnell. Das ist okay. Und hier will ich ein bisschen Ruhe reinbringen. Das sind Lappen. Was habe ich gesagt? Papier. Ja, natürlich. Lappen. Wo war der hier? Ah, ne. Nichts weiter. Ja, das stimmt. Das sind Lappen. Sudele. Wir gehen ganz sicher nicht hier zurück. Ne, das stimmt. Dann vielleicht doch über die Leiter. Ich habe deine Leiter gesehen. Es muss einen besseren Ausweg geben. Noch so einer, der krumme Zeilen nicht abkann. Ne, das triggert mich total. Aber wie kriegen... Wie kommt man da hoch? Ja, das wird nicht die Lösung sein. Aber sie steht halt schon da, so wie... Mach was. Hm. War jetzt noch was im Auto? Ne, ne? Hä? Warte mal, hier drüben. Ah, da. Na los. Okay, jetzt versuch es, mir irgendwas aufzugeben. Ähm, hier drin ist echt ziemlich krasses Zeug. Ehrlich. Ehrlich. Okay, los. Aye, aye, aye. Okay, jetzt geht schon. Jetzt geht schon. Äh. Sieht aus wie eine Liste. Ich wusste, ich hätte den Truck drehen sollen. Mit Kleidung von Toten, die die wahrscheinlich überfallen haben. Das sind Lappen. Was ist das? Rauchbomben erzeugen eine Wolke, die die Sicht des Feindes blockiert. Außerdem betäuben sie Feinde beim Aufbau und ermöglichen es dir, die zum E-Packen oder zu entkommen. Ah ja, gut. Gut, gut, gut. So, gibt es hier noch irgendwas Wichtiges? Oh, nice. Sehr gut. Eine Pfeile. Werkzeugstufe 2. Drücken zum Anzeigen. Okay. Brauchen wir wieder mal eine Werkbank oder sowas dann. Okay, mehr ist hier sonst nicht. Gehen wir mal weiter. Woher wusstest du's? Was denn? Was mit dem Überfall? Ich kenne beide Seiten. Oh. Und, äh, bringst du viele Unschuldige um? Hä. Versteh es wie du willst. Munition. Ja, ich wollte gerade sagen, da haben sie geschlafen. Ah, ich überlege gerade. Ah, irgendwie macht das schon Sinn, glaube ich. War schon sehr stark. Wir haben aktuell 30. Wir brauchen 100. Das wird noch ein bisschen dauern. Splinting. Medikit verbessert. Ah ja, nice. Die armen Schweine. Ah, hier, Werkbank. Nice. Gucken wir gleich mal. Sekundäres Halfter. Ah, wir brauchen noch Schrauben. Wie viel brauchen wir denn hierfür? Brauch 75? Ja. Oh, ich glaube, dann lasse ich das. Dann würde ich mal gucken. Bei Kapazität, ja, okay. Jetzt aber auch nicht so, dass wir immer genug Munition haben. Ja, dann spare ich die mal. Das wird die Halfter uns irgendwann herstellen können. Oh, hier sind Pfeile. Wichtig. Und richtig. Okay. Okay.